Bei der Briefgestaltung ist zwar im Moment eigentlich der Trend eindeutig in Richtung linksbündiger Gestaltung, das heisst, dass auch die Empfängeradresse und Ort und Datum sowie Grußformel und Name alle Links untereinander ausgerichtet werden sollen. Trotzdem kann es manchmal hübsch sein, vor allem dann, wenn eben in diesem Bereich auch ein Logo ist, dass da eben eine optische Achse aufgezogen wird. Nun, ich zeige es dir sowieso, wie es geht. In diesem Fall wählen wir das ganze Dokument aus, den ganzen Brief, und wählen einen linksbündigen Tabulator bei 9. Und jetzt werden alle Inhalte, die eben eingerückt werden müssen, mit einem Tabulatorschlag an die entsprechende Stelle versetzt. Hier mache ich es etwas Größeres im unteren Bereich. Bei den Beilagen macht es natürlich nicht Sinn, den Tabulator so weit drüben zu lassen. Deshalb ziehe ich den bestehenden ein wenig in die Nähe der Beilagen und drücke jetzt die beiden Elemente entsprechend ein. Schon sind wir fertig. Und hier, dann soll ich das gleich...